Wenn jemand wie ich dann kriegt überleben will, dann braucht er einen Traum. Meiner weiß, dass mir eines Tages das Hotel gehörte. Aber ich biete Ihnen ein Geschäft an. Wir könnten beide jede Menge gewinnen. Sie bekommen den besten, exquisitesten Service des ersten Hotels am Rhein. Vielleicht brauchen wir ja einfach andere Gäste. Ach ja, welche denn? Konrad Adenauer aus Göln. Einen schönen Aufenthalt, Herr Hitler. Mr. Treppler. Lass uns daraus das aufregendste Hotel der Welt machen. Wir sind hier so etwas wie das Führerhauptquartier. Führerhauptquartier, wir sind immer noch ein Hotel. Für die Deutschen lege ich meine Hand ins Feuer. Mit den Franzosen kann man nicht befreundet sein. Sie wollen unseren Untergang sonst gar nichts. Sag es, ich bin ein Feigling, ein Verräter. Du sag es! Das Hotel ist Pegatensitz. Das können Sie nicht einfach so konzentrieren. Ich lasse Sie mal vorteilen, Ruhe! Passen Sie gut auf sich auf, Resen. Der Wind kann sich schneller drehen, als Sie denken.